Guten Tag und damit recht herzlich willkommen im Train Simulator, besser gesagt in den USA. Wir fahren heute die Union Pacific 3214. So, hier fliegen auch schon die ersten Meldungen vom Dispatcher rein. Kontakte nochmal hier. Ja, wir befinden uns heute auf der THP Passroute und werden einen Güterzug von... Einen Moment. Ja, genau. Von MP373, das ist ein Gleis in Mojave, Mojave geschrieben, bis nach Monolith West überführen. So, die Dispatcher-Meldung stört jetzt hier gerade ein bisschen. Na gut. Ja, hinten dran hängt ein Güterzug. Ähm, wir haben einmal Kohle geladen, dann hier ein paar geschlossene Güterwagen noch. Ich tippe auf Zement oder ähnliches. Und ja, ich hab mir gedacht, wir machen mal einen kleinen Ausflug in die USA, in die Mojave-Wüste. Eine der, ja, mitbekanntesten Wüsten im Herzen der USA, im Bundesstaat von Kalifornien müsste es sein. Und ja, die Strecke, wo wir entlangfahren werden, das ist der sogenannte THP Pass. Und der verbindet Bakersfield mit der Mojave-Wüste oder allgemein Mojave. Ja, in der Lokomotive angekommen, schalten wir uns die Instrumentenbeleuchtung ein, wenn wir sie finden. Insofern die Lokomotive überhaupt eine hat. Stufenlichter, okay. Können wir auch gebrauchen. Ähm, Fahrtrichtungssender in Vorwärtsstellung, können wir auch schon einstellen. So, heute muss ich mich auch mal ein bisschen auf der Lokomotive umschauen. Es ist das erste Mal, dass ich in der drin sitze. Und ich glaube, hier gibt es tatsächlich kein Licht. Ist gut möglich. Ja, so sieht's aus. Okay, dann sind wir heute mal ohne Licht unterwegs. Hauptsache draußen, ja, da brennen die Leuchten schon. Wir haben zwei Lokomotiven. Zwei Großdiesellokomotiven. Einmal die Union Pacific 3214 und dahinter die 3332. Okay, dann schauen wir mal raus, was die Weichenstellungen sagen. Die scheinen auch alle in der richtigen Stellung zu sein. Wir gucken nochmal nach hier in der Ansicht. Und da müsste nur noch die eine Weiche gestellt werden. Ja, und dann sollte es funktionieren. Gucken nochmal nach. Ja, stimmt alles. Ja, die Lokomotive in gelb lackiert. Mit einzelnen roten Streifen an der Seite. Als, ich sag mal, Unterlackierung nochmal grau. Für die Strecke wurde extra ein Update installiert. Man sieht's auch hier schon ein bisschen an den Schienen. Die stimmen nicht so ganz mit der Terrainhöhe überein. Hier vorne ändert sich das Ganze aber wieder. Da haben wir dann wieder Schotterprofil unten drunter. Und, ja, wir starten jetzt. Bremse lösen. Aber das Signalrohron darf natürlich nicht fehlen, wenn wir anfahren wollen. So, das ist die dynamische Bremse. Aber irgendwie macht die nicht das Ganze, was ich möchte. Oh, als war das schon ausgewählt. Ich glaube, wir müssen die Bremse anziehen. Und die dynamische Bremse eventuell in die andere Stellung bringen, kann das sein? Ja, jetzt funktioniert's. Ja, irgendwie hat wahrscheinlich die dynamische Bremse geklemmt. Die war eigentlich schon ganz zurückgezogen, aber irgendwie mochte das der Trainsimulator noch nicht so richtig. Ja, jetzt geht's los. Oben strömen die Dieselabgase raus. Und hinten strecken sich die Kupplungen. Was man gerade im amerikanischen Raum sehr, sehr oft wiedersehen kann, sind die Mittelpufferkupplungen. Also Kupplung und Puffer in einem Stück. Wir fahren jetzt hier mit maximal 15 Meilen pro Stunde aus. Das ist hier so ein kleiner Güterbahnhof. Güterabstellung. Hier befinden wir uns nochmal zwischen den beiden Lokmotiven. Also einen geilen Ausblick hat man hier auf jeden Fall. Da würde ich echt gerne mal mitfahren auf der... Oder auf überhaupt so einer amerikanischen Großdiesellok. Draußen auf den Trittpaddern. Das muss ein phänomenaler Ausblick sein. So, Leistung wieder ein bisschen zurücknehmen. Ja, ich habe mir heute mal gedacht, wir fahren mal eine Runde in den USA. Weil wir das jetzt schon, ich glaube, mindestens ein Jahr lang nicht mehr gemacht haben. Wir waren in der letzten Zeit halt hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Hin und wieder sind wir auch ein paar Runden in Großbritannien gefahren. Und ja, jetzt mal auf einer US-amerikanischen Großdiesellokomotive. Der THP-Loop ist eigentlich dafür bekannt, dass sich lange Züge an einer bestimmten Stelle überkreuzen. Das Ganze gestaltet sich dann so, dass ein sehr, sehr langer Zug eben über eine 360-Grad-Kurve, wenn man so möchte, fährt. Und bei großen Containerzügen, da sieht es echt cool aus, wenn sich der Zug wie so eine Schlange durchs Gelände schlängelt. So, dann dürfen wir auf der Strecke draußen 20 fahren. Natürlich also in Meilen pro Stunde. Boah. Was da an Power dahinter steckt. So, wieder ein bisschen die Leistung drosseln. 20 Meilen pro Stunde. Auch gibt es einen, ich glaube, geringfügenden Unterschied zwischen den Meilen in den USA und den Meilen in Großbritannien. Allgemein, beim Thema Meilen gibt es ja so viele Abstufungen, Seemeilen, was da nicht noch alles fehlt. Also Meile ist auf keinen Fall gleich Meile. So, wir dürfen weiter beschleunigen auf 45 Meilen pro Stunde. Boah. Noch mal die Motoren aufhören lassen. Geil. Sieben, noch eine Poweranzeige. Boah. Krass. Ist das geil, Leute, oder ist das geil? Wir kommen. Ach, okay. Die Schranken vom Bahnübergang waren auch unten. Railroad Crossing. Ja, Bahnübergang. Die Lämpchen hier blinkern schön hin und her. Und ich hätte eigentlich gedacht, die US-amerikanischen Großdiesel-Lokomotiven beschleunigen ein bisschen schneller. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir jetzt zu viel Leistung aufgeschaltet haben und dass wir dadurch dann einen Radschlupf erzeugen. Oder Wheel Slip, wie es im Englischen heißt. Und ich glaube, das ist nicht das Problem. Die Bremse ist auch gelöst. Genau, sehen wir auch hier nochmal. Hier müssen wir ja auch nochmal, genau, Hauptluftbehälter wahrscheinlich. Und dann muss hier der Zylinderdruck sein, genau in Rot. Und in der Bremsleitung müssten 90 wahrscheinlich bar sein. Obwohl 90 bar, nee, ist ja ein bisschen heftig. Ich denke da auch in den US-amerikanischen Zügen, ist ein anderes Bremssystem. Ich würde da jetzt mal auf eine Art Vakuum-Bremse tippen. Möchte mich da aber echt nicht festlegen. Und ich sehe jetzt hier auch keine Druckluftschläuche. Obwohl, da hängt was unten raus. Das klingt immer ein bisschen komisch, unten raushängen. Also ich rede natürlich hier von den Druckluftschläuchen. Nicht falsch verstehen. Das andere sollte da nicht unten raushängen. Das ist gerade auf YouTube ein bisschen schwierig mit so einem Thema. Ja, nee, Spaß beiseite. Ja, hin und wieder gibt es dann hier auch mal so kleine Durchlässe. Ich weiß nicht, ob das für irgendwelche, ja mittlerweile schon ausgetrockneten Bäche gedacht ist. Oder vielleicht, wenn sich hier in der Wüste irgendwann mal ein Regenschauer ergibt, der dann hier alles überflutet, dass eben das Wasser, ja nicht durch die Schienen blockiert wird. Dass es quasi abfließen kann. Für Tiere wird es sicherlich nicht sein. Dafür ist es ein bisschen zu klein. Vielleicht für irgendwelche Kriechtiere. In Deutschland haben wir ja auch Krötentunnel oder Froschtunnel. Aber ich glaube in Amerika, respektive in den USA, wird da nicht ganz so viel Wert drauf gelegt. Das hier links sind sicherlich Telefonleitungen. Da hinten sind wir noch mal diese typischen LKWs. Müssen wir uns auch noch mal angucken. Das wird hier eine Art Highway sein. Oder der TH Chappie Pass. Den gibt es ja nicht nur als Schienenverbindung, den gibt es auch hier als Bundesstraße. Also wirklich, der TH Chappie Pass ist eine sehr bekannte Route in den USA. Gerade Eisenbahn-Liebehaber finden sich dort wahrscheinlich tagtäglich für schöne Fotomotive zusammen. So, hier sieht man aus wie ein Cadillac. Ja, auch ein paar neuere Autos fahren hier rum. Was ich auch gerade beobachten konnte, dass hier teilweise auch ein Schrohwechsel stattfindet. Und da, da sieht man es gerade. Da hinten auch noch mal sehr schön gemacht auf jeden Fall. Habe ich auf deutschen Train-Simulator-Strecken noch nicht gesehen. Oder vielleicht einfach noch nicht bewusst wahrgenommen. So, hier kommen wir angerollt. Hinten kommen noch mal Abstellgleise. Ja, mal gucken, wie weit wir heute fahren werden. Ich denke mal, wir fahren den Zug nicht komplett bis unseren Ende. Wir bleiben dann wahrscheinlich hier im Monolith stehen. Achso, das ist ja, okay. Gut, in Monolith ist dann schon Schluss. Das ist hier so ein Teil aus der Strecke. Der eigentliche TH Chappie Pass oder das bekannteste Stück wird wahrscheinlich hier kommen. Da, wo sich die Schienen so, ja, überschneiden. Das ist wirklich rechts und links Wüste, soweit das Auge reicht. Hier vorne dann die Bergkette. Hier hat sich wahrscheinlich jemand zwei Abstellgleise an sein Haus bauen lassen. Obwohl, Haus kann man das nicht so richtig nennen. Sieht eher aus wie ein Lockschuppen oder sowas. Oh, hier fehlen scheinbar irgendwie Texturen. Oder eine Person hat eine besondere Vorliebe zu Betonhäusern ohne schöne farbliche Gestaltung. Lässt sich dann hier wahrscheinlich, ja, einen Tankwagen hinfahren. Einmal mit Frischwasser. Dann vielleicht noch einen fürs Abwasser daneben. Und so lebt er dann hier draußen. Ja, irgendwie sowas wie ein... Okay, das ist ein Feuerwehrauto. Steht Feuer dran. Oder das US-Militär macht hier irgendwelche Schießübungen. Und da steht Feuer dran, weil das Auto beschossen wird. Ja, das ist sicherlich von Feuerwehr. Ja, dann darf hier auch nur noch 35 gefahren werden. Habe ich jetzt auch gar keine Geschwindigkeitstafel gesehen. Ich meine, gut, wir fliegen heute mit der Kamera so viel draußen rum. Da ist es... Liegt es wahrscheinlich in der Tagesordnung, dass wir hier einige Sachen nicht sehen werden. Ja, ganz klarer Nachteil hier im Train Simulator, dass der dann eben auf die Distanz, ich sag mal, die Objekte hier an den Bergen nicht nachlädt. Da hat man wirklich nur so diese Grauschattierungen mit den jeweiligen Abstufungen. Entlang der Strecke müssten wir dann auch zahlreiche Wassertürme finden. Denn bevor hier Diesel-Lokomotiven fuhren, oder waren sämtliche Züge noch mit Dampflokomotiven gespannt, hier blinkt ein Signal gelb. Das ist die Frage, hat das irgendeine Bedeutung für uns? Aber ich gehe mal nicht davon aus, da wir ja schließlich das Signal im anderen Gleis stehen haben. Aber hier steht auch so ein komischer Signalkasten. Nur fehlt das Signal. Wurde wahrscheinlich noch nicht aufgebaut. Oder hat einer geklaut. Das ist auch möglich. Ja gut, unser Zug ist auch kurz. Und ich denke mal, wir kommen relativ schnell zum Stehen. Wenn es denn nötig sein sollte. Hier unten werden mir aber auch keine Signale angezeigt. Wobei dort vorne leuchtet was, aber das leuchtet grün. Auf der linken Seite. Sollte also keine Probleme geben. Ach, wie hoch die Berge sind. Das ist unglaublich. Insgesamt werden, ich glaube, auf der gesamten Passstrecke über 1000 Höhenmeter überwunden. Was auch nicht wirklich schwer zu glauben fällt bei diesen hohen Bergen hier am Horizont. Und hier sieht man jetzt eben, wie der Train-Somator nach und nach die Texturen sich reinlädt. Das sind fast alles Betonbrücken. Die sehen auch schon ziemlich modernisiert aus. Ja klar, bei so schweren Zügen, die hier diese Passstrecke überfahren, möchte man wahrscheinlich auch nicht riskieren, dass da irgendwo mal die Brücke zusammenbricht. Gerade was Funk angeht oder ähnliches, weiß ich nicht, wie das auf so einer Strecke hier aussieht. Ich würde mich sehr interessieren, wie hier die Signaltechnik funktioniert im Hintergrund. Weil sowas wie eine PZB oder so hat man ja hier auch nicht wirklich. Entweder läuft das Ganze wirklich über Funk oder so eine Art Zugleitbetrieb, dass man da halt unmittelbar mit der Fahrdienstleitung oder dem Dispatcher in Verbindung steht. So, wir haben grün. Ich glaube auch diese einzelnen Anzeigen, ja, die sind mehrfarbig. Einmal gelb, dann rot oder halt grün. Das müsste in dem Fall ganz normal Ampelprinzip sein. Ich möchte gar nicht wissen, was hier im Sommer für Temperaturen erreicht werden. Da kann man wirklich nur für den Lokführer hoffen, dass eben eine Klimaanlage oder ähnliches im Führerstand verbaut ist. Lokbremse. Ich sehe hier auch keine Einstellung für eine Klimaanlage. Überall nur Danger, Danger, Danger. Also Gefahr. Überall 600 Volt. So eine Notbremse sein oder so. Folger ist auch mit dabei. Ach, hier oben gibt es theoretisch eine Beleuchtungsmöglichkeit. Auf jeden Fall bei den echten Lokomotiven. Die schönen leere Sitze. Oh, 50 darf hier sogar gefahren werden. Das ist ja cool. Ja, und wenn euch die Videos hier aus den USA gefallen, dann hinterlasst mir doch mal einen kleinen Kommentar unten in der Kommentarbox. Und gebt natürlich dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Dann registriere ich das so. Und wenn euch das Video überhaupt nicht gefällt und ihr sagt, ihr geht, das möchte ich gar nicht sehen. Dann aber wirklich bin ich nur dann gebt einen Daumen nach unten. Also da wird auch entsprechend ferne Bewertung. Aber wenn ihr euch das wünscht, dann kann ich da so vielleicht alle zwei oder drei Monate mal ein Video aus dem USA mit einfließen lassen. Hier ein LKW vom Walmart. Das ist so eine Art Supermarktkette. Okay. 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 Da ist ein Güterzug liegen geblieben. Jaja. Da kommt gleich so eine ganze Mannschaft zusammen. Meine Güte. Wie viele Leute haben die hierher geschleppt? Zwo, vier, sechs, acht, neun Stück. Fehlt nur noch, dass einer auf ein Signal sitzt. Habe ich letztens in Deutschland gesehen, da ähm So, erstmal die Glocke wieder ausstellen. Da saß, ähm oder saßen ein paar Kollegen von der DB Netz AG wirklich in einem Strommasten, ne? Also von der Oberleitung. Habe ich mir auch so gedacht. Okay. Cool, dass man da in voller Geschwindigkeit dran vorbeirauscht. Das war gerade Scheike. Die haben den Zug lange Zeit davor schon gesehen. Da haben wir ein entsprechendes Händchen gehoben. Das ist immer so das Zeichen dafür, dass sie eben den Herannahorn dazu gesehen haben. Und wenn da ein Händchen nicht in die Luft geht, dann sollte man ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, dann sollte man auf jeden Fall bremsen und das Horn, das Signalhorn der Motive mal ertönen lassen. Damit das auch jeder in Streckennähe mitbekommt. So, alles klar. Auch bei der Arbeitercrew da stimmt noch irgendwas slow und dann 20. Also langsam fahren wahrscheinlich mit 20 oder irgend sowas. So, 32, 14. Das sind wir. Also, yuppie, 32, 14. So, yuppie. Okay, das geht so schnell. Ey, also so schnell kann ich nicht in Englisch lesen. Geschweige denn übersetzen. Okay, Dispatcher fertig. Ach, zweimal gelb. Das heißt, sicherlich langsam fahren und halt erwarten. Bisschen Leistung erstmal aufgeschaltet. Da wird dann sicherlich ein rotes Signal folgen. So, 50% Leistung sollten immer noch zur Geschwindigkeitsregulierung beitragen. Die Steigung ist einfach zu heftig, um hier komplett vom Gas runter zu gehen. Ah, da vorne wird es wieder grün, das scheint. Da kann man noch mal auf 100 gehen. Boah, das klingt so geil. In den Dingen steckt aber auch eine riesige Menge an Power. Das ist unglaublich. Ja, dieses schöne Lloyd-Werk kann übrigens mit der Taste B aktiviert werden auf der Tastatur. Für all diejenigen, die überhaupt US-amerikanische Lokomotiven auch im Trend-Simulator fahren. Und das Horn mit der Leertaste. Was haben wir denn da vorne? Ach, da kommt jetzt wahrscheinlich nochmal irgendein Serviceteam. Wahrscheinlich sollen wir da auf 20 runter bremsen. Wie gesagt, das ging für mich ein bisschen zu schnell. Ich konnte es gerade so lesen, geschweige denn übersetzen dann. Wobei ich auch nur wirklich den ersten Satz so richtig schnell lesen konnte. Im Deutschen bin ich da wesentlich schneller. So, Bremse kann wieder gelöst werden wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich auch nachlösend. Okay, hier müssen wir nochmal ganz kurz nachgucken. Ob wir hier wirklich in das Gleis rechts reinfahren sollen. Ja, tatsächlich. Okay. 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 Und da kommen wir. So schnell dann auch nicht. Hier sind sicherlich noch die 20 Meilen pro Stunde. Ich finde auch die US-Diesell-Lokomotiven sehen schon richtig cool aus. Bei denen vermutet man richtig, dass da wirklich Leistung unter der Haube sitzt. Dann noch sehr typisch für die Lokomotiven, dass man eben die sehr breit aufgebauten Führerstände hat. Meistens eben nach rechts oder links ausgelagert. Hier links sitzt dann eben meistens der Kollege, der auch mit drauf aufpasst, dass eben der eigentliche Lokführer nicht einschläft. Und ich denke mal auch in den USA heißt das wirklich noch Lokführer, weil da eben sicherlich ein Großteil der Passagiere oder Güter durch Lokomotiven bewegt wird. Und eben nicht nur durch Triebzüge oder Triebwagen. Die Vereinsstrecke darf dann wieder beschleunigt werden. Ja, das ist hier so eine Art Kombinationsfahren. Wir müssen uns so ein bisschen zusammenreihen, wie der jeweilige Auftrag immer aussieht. Weil das werdet ihr natürlich nochmal durch die Videobeschreibung erfahren. Das finde ich auch immer so interessant. Mich würde es mal interessieren, wer von euch überhaupt in die Videobeschreibung hineinschaut. Also wer das regelmäßig macht, einfach mal unten drunter einen ganz kurzen Kommentar. Wäre sehr hilfreich. Dann weiß ich nämlich, ob sich das überhaupt lohnt, die jedes Mal zusammenzutippen. Unglaublich. Also naturtechnisch hat natürlich, ich sag mal, die europäische Region, zumindest was hier so eine Mojave-Wüste angeht, definitiv mehr zu bieten. Aber ich habe eigentlich auf ein paar schöne Felsformationen gehofft. Ich bin mir auch sicher, dass wir da irgendwo noch was zu sehen bekommen werden. Hier rechts haben wir sowas wie einen ausgetrockneten Fluss. Wenn ich das richtig erkenne, der Highway verläuft auch hier lang, oder die Bundesstraße. Signal davon ist auch grün. Ja, der Kollege, oder die Kollegin, waren direkt wieder mehrere Lokführer vorn drin. Gefühlt unendlich lange Güterzüge. Ja klar, um diesen, ich sag mal, hohen Berg zu erklimmen, oder die Gebirgskette. Da braucht's natürlich einiges an Power. Und man sieht's auch, die Tarronade steigt wirklich nur sehr, sehr, sehr langsam. Wir sind jetzt kurz vor 40 Meilen pro Stunde. Bei 36 ungefähr. Der ein oder andere von euch hat auch bestimmt den Film Unstoppable gesehen. Wo mit ähnlichen Dokumotiven, ich sag mal, hantiert wird und ein bisschen Unsinn getrieben wird. War lange Zeit auch mein Lieblingsfilm, muss ich ganz ehrlich sagen. Was eben, ja, Eisenbahn mit angeht. So ein bisschen geladen mit Action. Und natürlich noch was für das Eisenbahnherz. Wobei so ein beinahe umkippender Zug oder ein explodierender Lokomotiv ist da eigentlich nicht das passende. 70 sogar. Na gut, geht ja hier auch noch geradeaus. Und wahrscheinlich dann auch wieder Targets. Wahrscheinlich haben wir den Scheitelpunkt der Strecke erreicht. Jedenfalls wird das Stückchen, wo wir hier fahren. Ja, ich muss auch wirklich sagen, die Strecke ist sehr eintönig. Man muss da schon mit ziemlich viel guter Laune drangehen, um so eine Fahrt durch die Wüste mit Freuden zu überstehen. Dann brauchst du dir die Güte sogar dann zu weit. Ja, hier draußen begegnet man nicht so vielen Lebensformen. Ein schöner Güterzug, ja. Mit ein paar Lokführern drin. Ein, zwei Autos. Hier sieht man es gerade noch mal. Und dann, ja keine Ahnung was hier lebt. Täglich grüßt der Iltes oder wie. Ja, aber ich glaube hier lebt kaum irgendwas. Vielleicht irgendwelche Kriechtiere. Schlangen könnte ich mir vorstellen. Wie es hier mit Skorpionen und sowas aussieht, weiß ich jetzt nicht. Die Erfahrung möchte ich nicht unbedingt machen. Auf so ein Tier in der freien Wildlaufbahn zu treffen. Da fühle ich mich persönlich, das ist eine subjektive Meinung, dann doch wirklich auf dem europäischen Kontinent irgendwo wohler. Wobei auch da gibt es genug giftige Tiere und oder ähnliches. Da ist ja schon so der deutschsprachige Raum. Also so Deutschland, Schweiz und Österreich. Da ist ja die Zahl an giftigen Tieren im Gegensatz zu tropischen Ländern oder hier in den USA relativ niedrig. Da trifft man in der freien Wildbahn eigentlich keine Vogelspinnen oder sowas an. So viele giftige Schlangen haben wir jetzt glaube ich auch nicht. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube jeden Amerika- oder USA-Fan werden diese Tiere auch nicht abhalten. So, halte ich den Zug an. Auf der Great Crossing in East Monolith. Also im Ost-Monolith. Oder Monolith ist ja ein Eigenname als Ort. Dann geht es in das Berg rein. Okay, das geht wieder mal zu schnell. Aber na gut, das ist ja ein Szenario, was eigentlich für den amerikanischen Kontinent gedacht ist. Da vorne gehen auch schon die Schranken runter. Da sieht man es gerade. So, wir fliegen mal ganz fix nach vorne. So, dann gehen wir nochmal hier in die Ansicht. Alles klar, wir halten jetzt dahinter an. Und dann drücken wir den Zug rückwärts rein. Das müsste ja passen, ne? Ja. So, dann können wir hier auch die dynamische Bremse mit dazu nehmen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, dass wir von vornherein durch das Abstellgleis reinfahren. Aber das hätte ich zeitlich nicht geschafft, die Weiche manuell umzustellen. So. 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 sowas. Ja gut, eine Einheits-Lokmotive halt und, ich sag mal allgemein, Altbau-E-Logs haben das eigentlich. Ich muss ein bisschen schauen, so der letzte Güterwagen kommt schon. Wir gehen mal nicht, wir gehen mal auf der Hälfte. Wollen wir uns auch nicht übertreiben mit der Bremskraft an Lokmotive. Geil, wie die Bremsen knarzen. Ha, cool. Das ist echt krass gemacht. So, die Weiche stellt sich natürlich auch nicht von selbst. Das müssen wir übernehmen. Zack. Und dann ist das rote Täfelchen aufgestellt. So, dann geht es rückwärts hier in das Gleis rein und dann halten wir hier in diesem, ja, Zementwerk oder was das ist. Jetzt ist die Frage, ist die zweite Weiche auch richtig gestellt? Ja, genau. Dann einmal hier rückwärts rein. Lokbremse ist gelöst, Zugbremse wird gelöst, dynamische Bremse wird gelöst, Fahrtrichtungswende in rückwärtsstellung, leicht Leistung aufbauen und dann funktioniert es auch. So, die Bimmelglocke muss noch anbleiben. Das geht jetzt nämlich über den Bahnübergang darüber hinweg. Eigentlich sieht es auch jeder Autofahrer, gerade hier am helllichten Tag. Also wer das nicht sieht, dass hier ein Güterzug vorbeifährt und dass die Schranken geschlossen sind und dass hier diese Lämpchen wie Wildtunnen her blinkern am Railroad Crossing Schild. Der soll auf jeden Fall nicht mit einem Führerschein über die Straßen fahren, maximal als Beifahrer. So, ich mach das jetzt mal aus, das ist echt ein bisschen störend, finde ich. Könnt gerne mal hupen, damit auch wirklich jeder Autofahrer mitbekommt. Hier in der Mojave-Wüste. Da sieht man hier auch am Boden, das ist wirklich, ja, da kann man nichts anpflanzen, weil man ähnlich ist. Im Hintergrund ein paar Kakteen. Aber ich meine, wer möchte schon einen Garten haben, wo nur zwei oder drei, ja, Kakteen drin stehen. Ich meine, so ein Kaktus im Wohnzimmer ist ganz schön, aber ein ganzer Garten voll damit, ne. Ist dann auch nicht so schön, wenn man irgendwie kleine Kinder hat, die spielen Fußball, die können dann zwar rechts und links ein Kaktus aufstellen, als Torbegrenzung, aber spätestens wenn dann das kleine Kind hinfällt, am besten noch irgendwie an diesen vermeintlichen Torpfosten drankommt, spätestens dann ist ein Geschrei groß. Das wünscht man auch keinem. Es gibt ja auch so Menschen, die springen tatsächlich in Kakteenfelder rein. Da frage ich mich nur, meine Güte, Was geht in deren Kopf vor? Ich meine, wenn es deren Hobby ist, gut, sollen sie machen. Bin ich ich, der dann, äh, ja, 15 cm lange Kakteennadeln im Körper hat. Aber, naja, jedem sein Hobby. Wir fahren Eisenbahn, die springen in Kakteen. Na gut. Und wenn wir noch schneller wären, dann war's das mit unserem Hobby. Dann entgleisen wir nämlich eventuell. Deswegen sollten wir schon mal runter bremsen. Das ist doch sicherlich ein Zementwerk, oder? So, und dann nähren wir uns mehr oder weniger dem Ende unserer Fahrt. Denn hier halten wir an. Das war's für heute. Und ja, wenn euch das Videoformat hier aus den USA gefallen hat und ich da hin und wieder, also jetzt nicht dauerhaft, aber immer mal so zwischendurch wieder ein neues Video da bringen soll, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Auch wenn ihr euch mal von einem anderen Kontinent, jetzt mal nicht Amerika oder Europa, ein Video wünscht, sei das jetzt mal zum Beispiel Asien, können wir auch gerne mal mit der Magnetschwebebahn oder Ähnlichem fahren. Oder vielleicht einfach mal Hochgeschwindigkeitszug aus Asien. Und ja, wenn ihr euch sowas wünscht, so ein paar Exkurse in andere Länder, auf andere Kontinente, wie gesagt, dann schreibt es mir auch unten in die Kommentare rein. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. In diesem Sinne, euer Thinking Flanio. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren und liken. Nicht vergessen.